Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Dies ist mein kleiner Zwerg, Bragi, Axtfresser oder sowas. Ähm, Kapitel 3, Sirenen Gang. Ich find den irgendwie cool mit diesem blauen, ähm, der blauen Schminke oder was auch immer das sein soll. Schminke hatten sie damals nicht. Oder hätten sie theoretisch nicht. Oder ach, keine Ahnung, ist ja kein Mittelalter, verdammt. Ist ja Fantasy. Da kann es also sowas natürlich geben. Verdammt, zurück. Habe ich nicht gesagt. Ich dachte gerade irgendwie an Braveheart oder so. Oder im Vikings haben da manchmal auch die, äh, Wikinger gerade in der fünften Staffel oder so, aber hast du, glaube ich, mal kurz gesehen. Da gab es auch einige, die haben sich da ein bisschen so blaue Pigmente in die Fresse geballert. Sieht cool aus. Ähm, haben die noch? Nein. Aber wir können hier irgendwo aufsteigen und dann nehmen wir doch mal gleich... Das geht doch mal vor. Dann müssen wir das wahrscheinlich auch wieder... Ach, fuck, da habe ich nicht dran gedacht. Jetzt müssen wir natürlich diese Fähigkeit da reinpusten. Das Problem wird nur sein, wir haben zu wenig Punkte. Tja. Dann müssen wir halt eher aufsteigen. Weil, da habe ich es jetzt schon freigeschaltet, kann es aber nicht nutzen. So. Gute Frage, woher? Wo ist denn überhaupt der Erlanger? Natürlich brauche ich unsere Hilfe. Was, jetzt? Eine unserer Höhungspartys ist übernommen. Ich bin Angst, dass etwas mit ihnen passieren könnte. Das beantwortet aber unsere Frage nicht, ne? Wo dieser Erlanger ist. Können Sie gehen und schauen? Na, klar machen wir das. Könnte vielleicht auch eine Falle sein. Der Klemmt gehört zum Pslanisch, oder ist im Pslanisch verfallen? Er hat bestimmt zu Hause auch nochmal ein, zwei Dämonetten, mit denen er spielen kann. Natürlich gucken wir nach. Finde die Flüchtlinge. Ich wette mit euch, einer wird überleben. Nur einer wird überleben von diesen Flüchtlingen. Meistens war das so bisher im Spiel. Wenn wir irgendwie wen gefunden haben, war es nur noch eine Person. Und ab und zu ist auch die Person dann noch gleich verreckt. Mal gucken. Vielleicht, äh, kommt jetzt eine große Überraschung bei uns zu. Oh, jetzt wird die wieder zerkloppt hier. Ich muss auch noch mal sagen. Das ist ein Winter, der ist starker. Ich muss auch ehrlich mal sagen. Irgendwie hohl, oder? Die laufen hier halbnackt rum. Es ist Winter. Wenn ich überlege, ich würde dort sein, ich würde mir die Eier abfrieren. Und, ähm, mir fällt gerade wieder auf. Wir haben wieder... Ich könnte jetzt erstens wieder schwören, wir haben das schon mal gespielt. Und zweitens, ähm, ich gehe jetzt unten lang und... Als wir letztes Mal, die letzten Male in diesem Schneegebiet immer, ähm, eine Wahl hatten zwischen, äh, nach oben und unten. Und als ich nach unten gegangen bin, hatten wir eine Truhe. Ich bin gespannt, ob wir jetzt unten auch eine Truhe haben. Oder es mal weiter geht. Ey! Warum kommen die so kleckerweise? Ich habe keinen Bock auf so kleckerweise. Ja, es ist das... Es ist, glaube ich, das dritte Mal. Und wieder ist unten die Truhe. Das ist doch nicht generisch oder sowas. Das ist doch hier... Das ist... Also, naja. Also, das ist, ähm... Das kann doch kein Zufall sein. Oh, nee, komm. Zwei, drei... Ah, das ist so das, was ich hier von der Menge erwarte. Sorry, falscher Knopf. Kommt nicht wieder vor Ort. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich den Sprung machen. Der war auf vier, ne? Ich glaube, der Sprung... Genau der. Der war auf vier. Fast mit dem, meine ich, ne? Oh, hier ist der Schlagenträger. Lass mal. Ja, ja. Wir gehen mal hier lang. Zur Kreuzung hatten wir selten bisher. Hui. Ach, dieses scheiß Pferd hier wieder. Oh, wir müssen uns mal heilen. Ah, der hat... Der haut wirklich hier was raus. Das Pferdchen da. Mit der meterlangen Zunge. Ah, kriegen wir die auch ohne? Ohne Schlagenträger. Gut, hat nicht geholfen. Geißeltes Chaos freigeschaltet. Hm, da liegt noch was. Ich gebe mich mit euch nicht zufrieden hier. Ah, ich werde verfolgt von so einem Halbnackten. Ah, 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 ah. Okay, es kommen noch mehrere. So viele Halbnackte. Ah, 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 ah. Oh, ich bin tot. Verdammt. Verdammt. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Da war ein Fragment. Ich wollte jetzt eigentlich weiter wegbrennen. Weil, ich weiß nicht, das dauert mir zu lange, wenn wir diese ein, zwei Kleckerleute da mal platt zu machen. Da können wir auch weiter rennen. Die kommen ja schon hinterher. Da kommt mal alle in den Kreis hier und zack. So lässt es sich einfach gut schnitzeln. Schnitzeln. Töten. Zerstören. Oh, den brauchen wir noch. Ich tippe hier immer noch auf eine Falle. Ah, nee. Der wird gepusht. Die werden gepusht. Das heißt, hier muss erstmal gekillt werden. Oder auch nicht. Bleib stehen. Hau ab. Hau doch ab. Nein, komm mal her. Ja. Ja. Oh, da kommt mal her. Oh, 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 oh. Das ist nicht. Ach, guck mal, machen wir den hier. Mehr, du, Hottie. Das ist ein Scheiß, wie das auch noch sein soll. Oh, da sind auch noch welche. Also mittlerweile gehen die echt ganz gut kaputt. Das war am Anfang irgendwie ein bisschen problematischer. Aber mittlerweile geht es ganz gut. Oh, da habe ich mich auch gepasst. Aber die Dinger hasse ich jetzt schon. Wo ist er hin? Sein Ramm-Schaden guckt echt schon weh. Äh, sein Ramm-Schaden. Seine Attacke meine ich, wenn er rammt. Die hat mich schon ein, zwei Mal, ja. Wieder mal sterben, Junge. Oh, da liegt noch was. Das nehmen wir mit. Ah, dann gehen wir mal hier lang. Oh, das hier ist ein Reiz hier. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Oh, 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 ho, oh, 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 glück gehabt. Ich habe noch gesagt, eigentlich kein Problem, aber... Nur der eine zerpillt mich richtig immer. Oh, da ist noch... Nee, es ist kein... Ich bin immer tot hier. So. Ja, die Normalen gehen. Oh, ich habe einen gefunden. Diese Sprungattacke ist einfach mit dem Flächenschaden einfach nur geil. Oh, hat er einen schönen Helm. Er hat einen schönen Helm. Mit so kleinen Spitzen. Dafür ist er größer und eine größere Wampe. Ich bin allergisch gegen Slanisch. Das ist zum Verzeihung. Bei Nurgle wäre das nicht passiert, oder? Das wiederholt sich auch. Die haben immer so hier einen Obermacker quasi. Ich dachte mir mal, wir kürzen das ab. Renn doch nicht weg. Bleib doch hier. Ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist, aber... Ich gucke schon mal vorsichtshalber nochmal hier rein. Was haben wir denn so an tollen Gegenständen? Die Hose ist deutlich besser. Ah, keine Regeneration. Aber 1000 maximale Gesundheit. Dann nehmen wir sie doch mal die Hose. Dort. Ah, Abklingzeit. Noch mehr maximale Gesundheit. Minimal verschlechtert es die Rüstung. Geschwindigkeitsbonus, Beutequalität. Das ist jetzt nicht so... Da kann man sich mehr drauf eingehen, wenn, sage ich mal, wenn man mal durchgespielt hat oder so. Ne, 10%. Ne, das machen wir nicht. Minus 5%. Das ist... Machen wir zwar mehr Schaden, aber... Kritische Treffer, kritischer Schaden steigt. Jetzt haben wir so als 200 Schaden. Was ist, wenn ich den mal setze? Machen wir glatt 1000 mehr Schaden? Was meint der mit minus 5% Rüstung? Die Rüstung ändert sich doch gar nicht. 103.000... Äh, 100... 3000, ja. Ändert sich nicht. Tja. Dafür der Schadensoutput steigt minimal. Ups, jetzt habe ich die Ringe verteuert. Kann das sein? Kann das sein? Genau. Na, das sind fast dieselben hier von der Fähigkeit. Äh, ne, dann nehmen wir den Schadensoutput. Den Wald verlassen. Okay. Das heißt nicht... Oder kann ich da... Ne, da kann ich den Wald nicht verlassen, oben, oder? Ich sehe zwar keinen Ausgang. Ne, der ist auch kaputt, okay. Hat er wahrscheinlich in aller Eile kaputt gemacht. Ihr müsst den Wald verlassen, ich habe keine Zeit für euch. Nee, ich habe keine Lust. Geh weg. Okay. Jetzt habe ich Lust. Jetzt habe ich Bock, ey. Komm her. Oh, jetzt hatte ich Bock drauf. Jetzt wo ich weiß, wo der Ausgang ist, einfach mal in allem vorbeilaufen. Da hätte man aber bestimmt 10 Minuten geknüppelt. Einfach vorbeilaufen und wenn wir wissen, wir haben den Ausgang, dann die super göttliche Attacke nehmen. Oder wie es auch immer hieß. Mhm. So. Bevor wir labern, gucken wir nochmal die Ausrüstung, geben den Rest weg. Was Neues dazugekommen? Eine Axt. Ähm... Ähm... Nö. Das brauchen wir auch nicht, aber die Ringe... Ja, hätte ich nicht tauschen sollen. Ich wollte den Ring eigentlich nochmal aufheben. Der davor war, das war der hier mit 200 Unschaden. Eigentlich kann man beide mal aufheben. Aber ich glaube, der Rest, der kann weg. Den Rest hauen wir weg. So. Die Truhe ist schon voll. Das ist ja bescheiden. Das ist, ähm... Doof. Ein bisschen wenig für diese Truhe. So. Geil, so ein netzes Spenden war. Keine Zeit. Hier nimm alles. Ach ja, wir wollten dann Leute retten, ne? Warte. Hab ich die hier verpasst? Ah. Okay, sie waren tot. Er hat sie verpasst? Er hat sie verpasst? Nein, sie wurden verpasst. Ich bin sorry, Klemt, aber nichts zu tun. Wo ist er langer, du vorst? Erbarmungsloses Gemetzel, das klingt ja schon mal nach einem Versprechen. Das will ich erstmal sehen hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will nicht online spielen. Oh, das klicke ich da schon wieder hin. Geh weg da. 2% mehr Schaden. Das bringen uns hier noch die Fähigkeiten. Unaufhaltsam. Du wirst... Also, da haben wir... Maximale Gesundheit. Gesundheit wird erhöht. Damit kann man schon mal arbeiten. Ich glaube, das mit den Armen war auch nicht schwer. Das ist unverwundbar. Hm. Dann gehen wir doch mal hier zu Steinhard. Einen Punkt haben wir mehr gekriegt. E-P-I-E-A. Das hilft uns mal gar nicht weiter. Ach, da ist auch der Erlanger. Die wechseln sich wohl immer ab. Es kann immer nur ein Questgeber geben. Bragi, wo hast du geblieben? Ich habe spannende Nachrichten. Oh, ja. Ist es über die Kie? Ja. Ja. Die Elfes hid es in einem Monument, deep in der Forrest. Die Bücher du hast, provided die cruciale Information. Es ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Würde Sie es hören? Nein. Forget about das. Just tell me where to find the Key. Well, wenn du wirst. Es ist ein Geheimnis, das führt zu dem Monument. Ich weiß nicht genau, aber ich kann Ihnen ein bisschen... und nebenbei alles töten, was wir finden. So. Was war das mit dem Metzl? Warte mal, wir haben noch irgendwas mit Gemetzl gekriegt. Das war bestimmt eine Fähigkeit, oder? Da war was mit Gemetzl, verdammt. Hier. Erbarmungsloses Gemetzl. Äh, Schaden plus 20. 20% Schadensausputz. Tja. Maximale Energie wird erhöht. Zorn dauert länger. Ach ja, das war hier Zorn. Das ist eine Zornattacke, oder was? Hm. Energiekosten ist ja das eigentlich, oder? Das würde ja eigentlich... Verbrauchen wir mehr das als das, würde ich sagen. Als ewiger Groll. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ein ewiger Groll haben wir auch nie weiter ausgerüstet. So müsste unser Schadensausput jetzt doch besser sein. 20% ist doch echt viel. So. Ich wollte schon sagen, ist nicht viel. Mal gucken, was als nächste Aufgabe kommt. Aber irgendwie müsste vom Zeitgefühl her ein Boss kommen, demnächst. Ja, wahrscheinlich müssen wir nur den Eingang finden, zu den Elfengrünen. 1, 2, ach, schon wieder der Pfad. Ich hab doch keine Zeit. Na gut. Ihr habt doch keine Zeit. Und? Vierte Mal Truhe? Alter, willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Es ist doch schon wieder fast dasselbe Level. Viermal hintereinander. An derselben Ecke eine Truhe. Also die Level-Designern langsam, die sollten mal ausgepeitscht werden, finde ich, hier von dem Spiel. Ah, wir müssen ja die Eifelichtleute killen, damit wir wieder hier Energie kriegen. Das hätt ich schon fast gesagt, ich lass die liegen, aber ich lauf an dem vorbei. Ah, die waren gerade so doof, um zu mir zu kommen. Nee, hier müsste schon mehr Leute sein. Kommt mal alle her. Kommt mal her. So, mal so'n Haufen gekillt. Da kommt der nächste Haufen. Der nächste Haufen. Okay. Hör mal auf mit einer scheiß Achse. Geh mal mit der Achse im Rücken. Das tut doch weh. Ach, das ist schon verschwunden. Scheiße. Ich finde dieses Reitier sieht absolut hässlich aus. Aber ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ein Reitier wäre zu leicht, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht gut. Der hat mich gleich. Und dann verlieren wir hier unser Glücksbonus. Das wollen wir natürlich nicht. Gut, dass sie nicht so die hellste sind. Ey, haut zu! Hängt er da fest? Du, Horst! Ja, mach dich fertig, du ja. Oh, das will ich haben. Ja, das ist, wir hätten, ich weiß nicht. Ich brauche mehr Gegenstände, wo ich mich regeneriere. Als Fank ist das, glaube ich, sehr wichtig. Auch wenn es vorher nur 0,5 war, ich glaube, das war nicht verkehrt, sowas zu haben. Ah, ich glaube, ich hätte es nicht verkehrt, sowas zu haben. Finde in den verborgenen Pfad. Ja, da suche ich doch schon. Ups, mir ist leere gesprungen. Oh, nein, hier ist kein Pfad. Hier ist nur ein scheiß Vieh. Oh, mehrere Kackspiecher. Kommen die denn alle her, hier? Scheiß Vieh. Ich mag keine Dämonetten. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 haben wir auf jeden Fall unsere super Attacke voll aber hier hinten ist ein Sack, das anscheinend was das denn hier, du Hexe? fand ich jetzt nicht fair, die hat mich einfach angezogen ich hasse diese Viecher, die gehen mir jetzt so auf den Sack hier mit diesen Meter langen Zungenlingern ich glaube ich gehe in den Kreis so ein bisschen so, Schnitzel-Power na komm, nur so ein einer ist langweilig, okay, die sind auch doof wo rennst du denn hin, du? ist die mit der Stand-Data auch schon gestorben? ich dachte, die ist weggelaufen okay sind das normale Schergen, oder? ja oh ok ich rufe den Aufstieg ach ach komm geht mir in die Mucke-Bude hierbei, ne öh j ich ich du w w Oh mein, die sind da hergelaufen, da habe ich keinen Bock zu. Ich komme mal gleich zu den. Boah, da sind immer noch so ein Arschvolle Fischer und ihm. Boah, da sind alle her hier, da gibt es da ein Nest. Natürlich darf das Scheiß für mich fehlen. Wo ist denn das hin? Das war doch gerade hier. Teleportiert oder was? Oder verbuggt. Hat sich wegteleportiert auf die Enterprise und tschüss. Und kommst du ja wieder. Power on! Ich muss sagen, ich finde diese Attacke einfach geil. Ah. Oh! Ah! Bleib doch stehen! Ich tu doch nix! Oh, da haben sie mich aber ganz schön abgedrängt. Oh, ist die falsche Taste, scheiße. Ich wollte einfach durch den Typen durch, aber... Das war dann aus Versehen die andere Taste. Ja, kommt mal, scheiße. Ich muss sagen, ich find das grad richtig entspannt, irgendwie. Irgendwie hat das was ruhiges. Oh, da hab ich auch noch Gold liegen lassen. Ey, ich hasse euch Axtwerfer. Müssen wir hier hoch? Ja, der ist, ähm, nicht so leicht. Also die normalen Dämonetten und alles was menschlich ist, das ist alles kein Problem. Aber sobald hier dieser berittene Heini auftaucht, da muss man aufpassen. Oh, das passt ja. Eilung brauchen wir. Und... 129 Goldtaler in der Vase. Das war ein Geheimverständnis. Nee, echt? Das war's? Das war's? Ich bin here. Ich bin hier, die Feitelblube. Ich hatte jetzt echt das Gefühl, Endboss kommt, aber irgendwie... Pustekuh. Stirb, ihr Narren! Eigentlich verschwendet. Ja, hier Erlanger. Oh, hast du es gefunden? Natürlich, es war richtig, wo du gesagt hast. Ich wusste es! Oh, wenn die Böse zurück in der Universität in Nuln mich jetzt sehen könnten. Du siehst mich jetzt! Ich muss recherchieren, die finsten Aspekte der Kreis-Operation. Zurück zu mir, wenn du bereit bist. Und zusammen werden wir den Garten der Kontemplation unlocken. Okay, da kommt dann der Endboss vom Slanisch. Wahrscheinlich so eine riesige Dämonette. Ja, ich glaube, die hießen Dämonetten. Zusätzliche Fähigkeitspunkte. Davon brauchen wir jede Menge. So, und dann gucken wir mal, was wir noch so abgreifen können. Maximale Gesundheit. Fünfzehn Prozent, aber sowas wie Gesundheitsregeneration ist hier nicht dabei. Ist ja noch nicht gefunden. Ui, haben wir natürlich ein paar Sachen gefunden, aber... Blinkt hier alles. Das ist ja alles neu. Müssen wir mal durchgehen hier. Macht ein bisschen unsere Rüstung schlecht. Oh, hat aber wieder einen Regenerationsbonus. Den Daten machen wir doch. Ich glaube, das Höschen hat uns... Ah, wir haben einen Höschen mit Regenerationsbonus. Das heißt, wir haben jetzt Regeneration ein Prozent. Juhu! Haben oder nicht haben, ne? Was haben wir denn noch hier so tolles? Oh, der ist nicht schlecht. Der steigert alles, was wir haben. Ich finde auch, das mit dem geflochtenen Bart sieht einfach besser aus. Eine stärkere Axt. Das nehme ich doch auch liebend gern. Zack. Die Frise mag ich nicht. Auch schlechter. Bessere Schuhe haben wir auch gefunden. Mensch, wir rüsten uns hier richtig noch aus. Gut, die Axt ist beschissener. Was ist das? Gibt noch mehr Rüstung. Mehr kritische Schaden. Oh! Oh! Ein deutlich besserer Schadens-Output hier. Und maximale Gesundheit. Also, geiler geht's doch nicht. Nehmen wir noch mal mit. Die ist auch noch eine goldene Axt, aber die ist... 1700. Was hat die? Rüstungsteuch dringend 5%. 5%. Bringt noch maximale Gesundheit. Schaden. Ja, aber der Gesamtaus... Wird nicht besser, oder? Ne. Der Wert stimmte schon, der da angezeigt wurde. Wir bleiben bei der Axt hier. Der Rest kann wie immer... Oh, dann... Ring. Meisterlich. Gesundheit zur Regeneration. Oh, das ist höchstens... Das ist ja natürlich gerade... Dann sind wir bei 1,3%. Ob das besser ist, oder einfach so die 1000 oder fast 2000 Punkte maximale Gesundheit. Den heben wir mal auf. Aber sowas von... Den Rest hauen wir mal weg. So... Nee, ich muss jetzt alle anklicken, oder was? So... Alle Sachen einmal anklicken. Wo mir gerade einfällt, da waren noch mehr als dieser Standardtext, den ich immer nehme. Wahrscheinlich hätte man da ein bisschen... Besser variieren können. Nicht alles gerade so bestätigen. Aber egal. Weg ist weg. Und tschüss! Sind da auch eine Stufe aufgestiegen. Rüstungsmeister. Danke für die großartige Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. Wow. Ein beschissenen Bart. Tja, danke. Danke für nichts. Ähm... Ja. Ich würde sagen, mit Erlanger... Ja, gehen wir nächstes Mal spazieren. Die Folge geht schon lang genug. Ähm... Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Oder ein Abo. Würde mich gerne freuen. Äh... Ich freu mich immer sehr gerne. Ähm... Ach, egal. Wurzalat. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir sind für den Bereich Fisch. Wir sind auf Luca iали Datab печern.